Was sagt er? Ich hab nicht gesagt er. Ich hab dich vor einem halben Jahr gefragt, ob wir dann endlich einmal zusammenziehen. Und du? Ja, ich hab ein bisschen nachdenken müssen. Ja, du kannst ja gerne noch länger drüber nachdenken. Der Luca ist extra wie an mir aus Potenza hoch an Gardasee gezogen und hat eine Pizzeria gepachtet. Eine Pizzeria? Ja, eine Pizzeria. Pizzeria Potenza. Ja, aber bei so einem Lokal, da ist man doch den ganzen Tag auf den Beinen und da kriegt man leicht Grammfader. Und du merkst doch ich schon dazu. Oh mein Gott, der Eberhofer so heilvoll, Depp. Haben Sie jetzt Ärger mit der Mafia? Das war der Küstner. Der Küstner. Der Psychopath ist seit der Woche abgängig. Warum soll jetzt der Küstner Ehrener einen Schweinskopf ins Bett legen? Schließlich war ich derjenige, der wird hinter Schloss und Riegel gebracht. Wenn ich rauskomme, bring ich dich an. Wir fahren jetzt zu Ihnen. Was tun wir da? Ich übernachte. Und wer ist das? Das ist mein Vater. Den hätte er mir jetzt ganz anders vorgestellt. Ich mir auch. Brudi, du musst mir ja helfen, einen Küstner zu finden. Warum ist ausgerechnet ich? Weil der Moracek jetzt bei uns am Hof hockt. Ihr habt den Vollschuss, oder? Ja, Mann. Und weil mir der Moracek dermaßen auf den Sack geht, dass ich ihn demnächst selber umbringen werde. Martin, noch ein drittes Tiramisu. Herr Moracek, Mäuse fängt man immer noch am besten mit Speck. Ich spiel nicht die Mausefalle für den Küstner. Wir sind die Falle. Sie sind der Speck. Ich bin kein Speck. Du, geh weiter. Bring den Küstner zur Strecke. Zu was hat man dir den Polizist werden lassen. Die Oma wird nicht geschobst. Hast du das kapiert, der Zipfelklatscher? Das war ein Anschlag. Das kann ich mir lebhaft vorstellen, wie er euch der Küstner zum Saufen um Kissen zwängt. Hast du der Uschi etwa ein Tier, der mich zugebt? Ja. Sag mal, spinnst du? Da ist der Alkohol drin. Und Espresso. Hä? Ich suche nach die Einwohnschaften. Du, Franz, ich brauche auch den Condition. Wir fahren nach Italien. Wer mir? Ja, mir! Kein Lui. Wie grüßt du, Franz? Wenn ich mit dem Typen fertig bin, passt der in Kuh und Schuhe mehr rein. Scheiß Italien. Geheimoperation. Supergeheim. Und ich seh mit der Pizza. Wie viele Halbe haben wir denn heute schon getrunken? Sieben Halbe, fünf Tscheche und ein Radler. Das ist jetzt aber nicht so eine versteckte Kamerabumstin, wo ich mir nachher total verarscht vorkomme, oder? Nein. Das ist jetzt aber auch nicht so eine große risque. Ich bin Halbe, fünf Tscheche und ein Radler. Ich bin halber, wie ich meinst du ist. Ich bin halber, wie ich bin. Und ich bin halber, wie ich mich nicht so eine ganze Zeit. Das war das ist heute.